Herzlich Willkommen zu der dritten Staffel und dritten Kampagne von LefferDev2. Ich habe gerade mein Kellermittel ausgeräumt. Natürlich ist es der Keller von Sam Kamikaze. Und meine Rettenassistentin. Der Roka. Roka. Ja da gehts. Ja wir wurden hier schon ein bisschen attackiert. Den Foto recht nicht. Hey Boomer. Höhöhöh Bitch. Alter was ist denn das hast du auf Schwer gestellt oder? Nein das ist mittig. Höhöh Bitch. Alter hast du mit Schrotflisse? Ja. Die hat einen Streuschuss. Und? Na stell das mal. Oh du Dreckstab ich stand auf dem Auto du Penner. Ja du Semm. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. La 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 la. Bitch. Ach so geskennt vorhin. Was warst du? Komm. Oh, das ist ein Ding! Das ist ein Ding! Das ist ein Ding! Oh, das ist ein Ding! BITCH! Lade nach! Siehst du wieder aus? Was? Tu wieder was siehst! Ja, ich zieh wieder aus! Fetter Truck! Ich hab auch gedacht, ich hab von uns ja nicht gehört! Kommt bist du doch! Rüben die Nutter! Ich höre einen Jockey! Ich höre einen Jockey! Puh! Hier, die Auswahl! Jockey! Jockey! Ich weiß nicht, ich hab sie doch stehen wollen! Achtung, schlägt! Ja, oh ja! Volltreffer! Lade nach! Gorn hat sich gezielt! Bisschen einfach nur zu dumm! Lade nach! Wie ein Arschloch! Lade nach! Weiß nicht! Hä? Lade nach! Lade nach! Ich hab ihn auch ein bisschen gestreift! Jetzt bitte! Lade nach! Da! Da! Such Scheiter! Da! Da! Wir sind Witter in uns! Oh! Oh! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Yo! Hör auf mit dem Burscht! Hör auf mit dem Burscht! Wo bist du denn? Warum machst du nichts? Hör auf mit dem Burscht! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! So geht man natürlich nicht mit dem Burscht! Lade nach! Lade nach! So geht man natürlich nicht mit dem Burscht! I'm in your face! Hast du die als Zweitworte, oder was? Ja. Hast du das Schrotgewehr? Ja. Das geht auch? Nee, ich hab nur eine Pistole und... Was denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hau ab, du stinkst. Ich hab nur eine Pistole und eine... Ich wollt ja nur mal gucken! Das ist grad... Tanki! Du Nutte, Alter. Der ist mir noch gefallen. Du Nutte, schießt in dein Gesicht! Ich hab gar keine Chance zu schießen! Du Nutte, Alter! Du Nuttensohn. Hast du endlich ausgeschlafen? So. Nee, Jesus, ne? Dann gepisst. Scheiß Tank. Wie komm denn der? Von unten. Ich hab dich gesehen, du dummes auf! Hohensohn, komm her! Ja! Da hab ich da echt zählisch! Fackzack! Plotzer! Nicht vergessen! Und ein Auto! Das wurde jetzt auch nochmal angestellt! Ja! 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 Ah! Schöne Locks! Mit Pillen! Ah! Du wechsel! Ähm! Joost, wir haben nichts Problem! Wieso? Guck mal raus! ist ja noch was für mich hört sich wie ein hunter in der schritt kam mit voller munition Check die Zimmer. Gibt vielleicht was Nützliches. Ich verstehe was. Du? Oh, du Penner! Jetzt lass doch die Tür auf! Hey, Penner doch. Adrenalin. Adrenalin! Deine Mutter. Gibt es einen Pillen? Das komme ich hier nicht mehr raus. Oh ja, das hilft. Jemand ist echt geil, dass jede Pillen sowas anders aussieht. Patzer, Alter. Ich stehe auf dem Bett. Jetzt stehe ich auf dem Bett. Ich stehe auf dem Bett. Jetzt stehe ich auf dem Bett. Nein, geh weg. Ich spiel nicht mit dir. Verschwinde. Ich spiel nicht mit dir. Verschwinde. Das ist echt viel. Ich spiel nicht mit dir. 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 Aber. Ich hab hier ein Schlüttelmanni. Falls das jemand braucht. Nur cool, aber auch nicht gerade fit. Na da 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 da. So ist das. So leicht bin ich dann auch nicht zu killen. Oh nein, du bist nur fast hoch. Lalalala. Ich bin gerade hochkonzentriert. Ich bin gerade hoch. Ohohoho. Nicht schlecht. Die Tette wieder runter. Lade nach. 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 Schöre Raucherrussi. Lade nach. 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 Ah, keiner von euch spürt die Munition? Ne, ihr schafft doch schon welche. Lade nach. aber schon gerade zur Zeit. Nein, du bist tot. Oh oh. Ciao, ciao. Ciao, ciao. William. Scheiße. Alles Problem. Jockey, 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 Jockey. Oh cool. Midi-Pack. Hey, wartet mal. Muss heilen. Ihr macht das schon. Schönen Midi-Pack geholt. Ey, ich hab das Midi-Pack nicht gesehen. Wo war das? Du kleiner Bastard. So, weiter geht's. Na du Nutte. Na, zurück. Nein. Nein, wir sind falsch. Wir müssen durch das Schwimmbad. Oder hinter das Haus lang. Okay, ich schaff das. Oh, will ich mich verarschen? Sind beide fast tot. Ich höre einen Splitter. Ne, er ist ein Motor. Schau mal. Da hinten ist es. Ach, das war alles. Oh, da ist eine Bitch. Hier kommen wir. BAM! Headshot! Oh, der Nutzer. Vorsicht auf diesem Hügel. Lade nach! Oh, ich bin doch noch ein bisschen. Ich höre schon die ganze Zeit. Da ist Müll. Ach so, wie doch nochmal ein Splitter-Zanaden. Ach du Bastard! Wo bist denn du? Hier ist noch ein Medifact. Und hier ist Muni. Wollen wir da rüber? Ach so, du bist dort runtergerutscht. Wenn wir hier runterrutschen? Hier, dann kommen wir zu Muni. Hier. Hier. Nein! Direkt hat der Muni vorbeigerutscht! AAH! Ach du Perron! Oh fuck. Was ist los? Ich dachte, da wäre was für's noch. Pass mal kurz auf. Muss mich verarzt. Ach tja. Dich können wir nicht alleine lassen. Jetzt geht's mir gut. Vielleicht solltest du springen sein, wenn du rübergegangen bist. Wer ist? Ich hätte ihn nicht geschafft. Mit Anruf und Sprung? Hast du nichts geschafft. Klar. Hast du nicht irgendwas vone Oops gesagt? Nöh. Wirak nie! Wirak nie von da! Lass den scheiß! Toil! Das hat's total gebracht. Halle nach! Lade nach! Gut. Oh, was war das denn? Hau ab, verschwinde! Oh, oh! Hey, such mir, wir Frauen um! Bam, bam! Scheiße, tut das weh! Lade nach! Lade nach! Fluss abwärts! Ey! Lade nach! Lade nach! Jetzt, Georgina! Ist irgendwo ne Bitch! Ich hab nur von dir geredet, Hure! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Puh, scheiß aus! Ist das meins, geh weg! Oh, scheiß aus! Hör dir das, die Schlampe nieten wir gleich um! Hey, Licht aus! Was macht mir so an? Da muss ich aufs Klo! Verständlich, wenn du mit dem King spielst! Ja, das passiert halt, wenn man erregt ist! Hört auf damit! Dreht uns doch durch! Was hab ich? Wo denn? Hä? Wo war die? Ich hab sie nicht gesehen! Wo war die? Irgendwann Busch! Gestinkt! Ist sie dumm! Hey, das ist Mobbing perfekt! BAM, ihr Nutten! Da ist es! Ja, sonst ist es mit der Bühne zum Schluss! Ich suche Munition und kenne Beine! Dein Ernst? Ich wollte schon sagen, es ist dein Ernst! Echt? Wo? Hier bei mir! Hey, Freund! BAM! 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 Geh mir doch mal bitte Zeit! Es sind ja erst mal 80 Minuten rum! Halt Leute! Er muss nicht verarzt werden! Wollen wir noch ein bisschen off topic reden, was wir gestern gemacht haben? Was? Wollen wir noch ein bisschen off topic quatschen, was wir gestern gemacht haben? Oh, irgendwas. Ach, da! Ah! Der hat ihn raus. Der sitzt ja nicht in den Schutzraum. Ich brauche Hilfe. Ja, ja. Ah! Also ich wäre jetzt bereit für den Schutzraum. Schön, das hat mich gerade geheilt. Das ist super. Nein, nein. Schneller geht's nicht. Jetzt geht's gut. Ich brauche. Baby, so läuft das genau so! Ja, aber... So läuft das! Wird nicht anders! Wir sind doch bei 20 Minuten. Ja, vor uns waren es 18. Oh mein Gott! Wegen einer Minute! Tinky Tinky! Tinky Tinky! Und dann? Ja, ganz recht? Ja, ganz recht. Och das schön, das ist... Ok, ja. Was ich jetzt Ne da... Warum mach ich den jetzt bloß? Ist das jetzt Stereo? Stimmt irgendwas mit meinem Sound nicht? Bist halt scheiße. So, werd ich mal den Pock beenden? Ist wieder okay. The Midnight Riders. Bitte. Oh ja, der Sound kam wie Katzen. Das ist viel. Ich wollte aufladen. So, ich muss erst mal die Waffe wechseln. Okay. Ich muss noch meine Waffe nicht wechseln. Ich hab noch Splittergranaten. Splittermonition. Ey. Oh, Alice. Achso, ich wollte nur sagen, bist du an die Hand? Naja. Gut, dann beende ich mal den Part für dieses Mal mit Sam Kamikaze und meiner Reiseassistentin. Der Oka. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es dann heißt Zombies töten. Yay. Okay. Einfach ganz klassisch. Dann, bis zum nächsten Mal. Tум�ш jullie nice sehr wie man macht werden. Naja.